Ja, durchgeheilt, fertig. So, äh... Frostschutz. Frostschutzmittel. Und dann hier. Gesellenbuch Fernkampf. Oh, kann man dann irgendwann später mal lesen. So, was haben wir denn hier schönes? Morgenluft. Ja, komm. Nehmen wir mit. Ja. Boah, das ist echt schön. Das gefällt mir echt gut hier. Äh, ja. So, eine Dame. Coole Laterne gemacht. Aha. Kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl. Alter, Jugende. Nice. Nice. So, erst mal die Kampfhaltung ausprobiert. Und da haben wir dann erst mal... Oh, schönen Schaden gemacht. Nimm uns das rätselhafte Nomaden. Ich glaube, den habe ich schon, ne? Den habe ich schon mal einen abgenommen. Stab der kranken Seele. Absorbiert vier Punkte. Leben vom Ziel. Vom Ziel. Von Ziel? Egal. Ihr tagt zu viel, um zu laufen. Ja, super. Da freue ich mich doch. Was haben wir denn hier noch schönes? Zauberbuch. Geister Schwarzbär. Nehme ich mit. Kohle nehme ich mit. Und Feuergift. Nehmen wir auch mal mit. Komm. Was soll's. Jetzt sind wir hoffnungslos überladen. Lala. Ah, ich würde das alles gerne mitnehmen. Kohle, 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 Kohle. Ach ja, was kann ich denn rausschmeißen? Habe ich noch irgendwas, was weg kann? Die Eisenexte, ne? Ach komm, die taugen noch nichts. Tu die weg. So. Warte mal, jetzt habe ich hier geguckt. 358. Alles klar. So. Warte mal, ist jetzt die Kampfhaltung eigentlich weiter aktiv? Ich gucke gerade hier nur, wie das Schwert über dem Wasser schimmert. Naja. Na gut. So. Warte mal, wo kann ich denn sehen, ob die Kampfhaltung aktiv ist? Ähm. Oh ja. Okay. Ne. Hä? Doch. Doch. Gut. Äh, wo wollte ich denn jetzt lang? Hallo. Von da bin ich gekommen. Genau. Eine Experten-Tür. Ach du Scheiße. Da verbrauche ich doch erstmal wieder Unmengen an, an Dittrichen. Was haben wir denn hier? Knochenmehl. Ah, komm. Reicht. Leere Weinflasche. Schädel. Vielleicht kann ich es ja doch mal. Halt. Ach so, das waren seine Knochen. Gut. Jut. Äh, Experte. Aber. Ich habe einen Schlüssel. Haha. Haha. Ja. Hat er doch noch gemerkt. Ich habe ihm ja den Schlüssel abgenommen, den Bösewicht. Und hier geht es wieder raus. Das war es mit der Gruft. Das war die ganze Gruft. Okay. Hä? Hilfe. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Lalalala. Er legt einen Reh und bereitet das Fleisch zusammen mit etwas Salz an einer Feuerstelle zu. Aha. Klar macht ja Sinn. Okay. Hallo? Hallo? So, wo sind wir denn rausgekommen? Irgendwo am Arsch der Welt. So, wir sind. Ach, wir sind bei den Zwillingstürmen. Jasper ist in die Richtung. Alles klar. Dann gehen wir mal zu Jasper. Oh. So viel Zeit muss sein. Wer weiß, warum man Quecksilber gebrauchen kann. Super. Weiter. Man muss ja nicht alles töten. So viel weiter weg waren wir jetzt gar nicht. Aber okay. Hallöchen. Da bin ich wieder. Hey. Hallo? Mhm. Das hatten wir ja schon mal gefragt. Na komm. Zu den lebenden Toten, den wilden Vatüren und den wahnsinnig werdenden Menschen meinst du? Dieses Land hat schon bessere Zeiten gesehen, das steht fest. Aber wenigstens passiert dir mal etwas. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Das stimmt. So, wir können weiter. Na komm. Ah, da bist du ja wieder. Du bist ein Vogel. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit. Ich warte hier so lange. Hä? So, warte. Ähm. Genau. Weiter geht's. Komm. Halt. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit. Ich warte hier so lange. Ja, aber warte mal eben. Och. Das ist natürlich alles meins. Und das nehmen wir auch noch mit. Es dauert nicht mehr lang, dann können wir stufenmäßig aufsteigen. Alter, sonst ist alles gut, oder? Wieso bin ich denn jetzt schon wieder überladen? Ernsthaft, Leute? Ähm. Ähm, 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 ähm. Das wiegt alles nix. Was habe ich denn hier, was weg kann? Was wiegt denn hier am meisten? Erstmal nach Gewicht gucken. Und dann gucken, was es ist. Ne, den behalte ich. Silberkerzenstände. Trommel. Da kriege ich eh nicht die 10 für. Aber da habe ich immer noch zu viel. Und Zeug. Jo, da bin ich wieder. Weiter geht's, komm. So, Angriff der Kampfbienen. Schnell weg hier. Ist hier was? Jetzt geh doch zu der Kohle, Mann. Alter. Willst du mich verarschen? Ich geh doch zu dem Geldsack. Ernsthaft? Oh. Ich komme nicht an den Geldsack. Ist das denn die Möglichkeit? Glück gehabt. Leider nicht. Was? So. So, mein Freund. Wir müssen immer noch nach Ark. Immer noch in die Richtung. Gehen wir hier lang? Ne. Ark zeigt ja da lang. Dann gehen wir mal hier lang. So. Okay. Was haben wir denn da wieder Schönes? Was meinst du dazu? Ich habe keinen Platz im Inventar. Das ist doch... Ach, aber die Neugier. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit. Ich warte hier so lange. Ja, du könntest aber auch mitkommen und mir mal beim Kämpfen helfen, du Vogel. Alte Zollstation. Alte Zollstation. Ist hier irgendwas? Halimash. Erstmal schauen wir, ob da drin was Wichtiges ist, ne? Ach ja. Erstmal schauen wir, ob da drin was Wichtiges ist, sagt er. Und übersieht voll die Spinne. Ist das denn wahr? Was? Wo? Wo warst du gar nicht dabei? Jung. Ha. Ha ha. Er schmeißt sich voll da vor. Alter, jung, 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 jung. Na ja, ich gehe da gleich rein. Da geht's weiter. Aber wieso war das Tor hier zu? Was meinst du dazu, Jung? Mal kurz auf die Karte gucken. Wir sind jetzt hier. Wo führt da der Weg lang? Da lang. Da lang und dann ums Eck. Hm. Gehen wir da jetzt erstmal rein oder gehen wir erstmal kurz den Weg ab? Ja, ja, warte mal hier. Ich finde dich wieder. Ich muss mal kurz hier lang. Mal eben kurz was schauen. Hm. Aha, ich hab dich gesehen. Lauert im Busch. Die fiese Spinne. Schön, dass du nachkommst. So. Oh je, oh je. Die magischen Disziplinen. Dietrich. Gold. Laternenmesser. Morsch. Rolle des Eispfeils. Ein Eisbolzen. Äh, da, 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 da. Brauch ich das? Ach komm, nimm mal mit. Stahlpfeile. Wiegen nix. Sehr gut. Ansonsten. Ja, Knoblauch, ne? Ja. Ja, gut. Das reicht. Hier noch irgendwas hin. Fleckenpilz. Wo war denn jetzt? Hä? Hab ich nicht irgendwo noch einen Korb gesehen? Ach, hier war er ja. Oh nein. Beim Blumensammeln getötet. Das ist ja so bitter, ne? Willst du nur was Schönes zusammensuchen? Und dann erwischt es dich. Das ist so bitter. Da, 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 da. So. Ja. Alter, kannst du nicht wirklich mal was nehmen? Ey, Mann. Man ist schon verwöhnt. Wenn die Leute da in Kram schleppen. Zehn. Ne. Ähm. No, 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 no. Das wiegt alles nix. Bücher. Kann ich irgendwas lesen? Was Gewicht verringert? Zauberbuch? Ach komm, hier kann ich doch lesen, oder? Das ist alles Rang 1. Das hab ich schon gelesen. Okay. Gut. So. Gewicht gespart, Großer. So, weiter. Oh, oh. Was war das? Alter, du sitzt aber auch schon länger hier, ne? Ey, ist er hier verreckt, während er hier gesessen hat? Was ist denn da? Hilfe, ich häng fest. Wie süß war das denn? Hast du mich gerade am Bein festgehalten? Stahlhandschuhe, ich habe doch keinen Platz. Wie stark sind die denn? Zwölf. Die Handschuhe, die ich hab? Quatsch. Ach, das ist der Griff der Dings. Zehn. Ja, es ist aber ein Blockding, ne? Aber ich block ja nicht. Aber das Set ist schön. Nö. Nö, wenn ich die mitnehme, bin ich wieder überladen. Ach, das ist doch ärgerlich. Ich muss unbedingt mein Inventar leer machen. Unbedingt. So, Jasper, ähm, ich hab ein Problem. Lass mich mal eben kurz. So. Alte Zollstationen muss ich mir merken. Alles klar. Weißt du was? Wir gehen jetzt nach Ark. Ich muss mein Inventar leer machen. Und danach können wir immer noch Abenteuer erleben. So, komm. Wir gehen jetzt erstmal durch bis Ark. Ja, komm. Weiter geht's. Alte Zollstationen muss ich mir merken. Hab ich, glaub ich, schon mal gesagt. Oh nein. Da ist schon wieder eine Abzweigung. Oh, ich werd bekloppt. Tu's nicht. Tu's nicht. Tu's nicht. Er tut's doch. Ja. Ja, ich wollte nur kurz hier bis zu der Karre und dem Fuchs. Uah. Warum greifst du mich an? Bist du scheißt oder was? Das war ein Schlag aufs Reflex. Mann. Nägel. Ah, die kann man bestimmt gebrauchen. Oh, oh. Warte, ich komme. Jagst du jetzt ernsthaft den Fuchs? Kommt schon. Mach es mir nicht so einfach. Ach, Junge, lass doch den Fuchs in Ruhe kommen. Das war ein Versehen, dass ich den getroffen habe. Ich habe mich doch nur erschrocken. Oh. Danke, Junge. Das hätte ich doch fast übersehen. Ach, wo wir gerade hier sind. Komm her. Leer. Leer. So, Jasper, komm. Lass den Fuchs in Ruhe. Der läuft übrigens da hinten. Komm, lass den in Ruhe. Warte kurz. Äh, nein, hier. So. Die hätte ich doch glatt übersehen, wenn der gute Jasper nicht hinter dem Fuchs her gewesen wäre. Fertig? Gut, dann lass uns weiter. Gut. Sehr schön. Wir werden Ark noch erreichen. Da bin ich mir ganz sicher. Da kommt er angerannt. Nein, 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 nein. Oh nein, warum ist hier so viel Kram wie an den Seiten? Ach, Junge. Ich kann nichts dagegen machen. Ich muss gucken. Ist ja schon eine schicke, sumpfige Ecke hier, ne? Warte. Was? Ich habe nicht gesagt, ich warte hier. Ja, ich habe nur darauf gewartet, dass du was sagst, Junge. Hufeisen. Ach komm, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Oh, wir brauchen Einzelteile. Die kann man immer gebrauchen. Ich wette, hier im See liegt irgendwas. Eine Ente, wie süß. Wie süß ist das denn? Hm. Schlammkrabbe. Oder wie auch immer die hier heißen. Hm. Es ist nicht leicht. Man will alles mitnehmen. Ach, die Landschaft hier, die ist ja der Hammer, ne? Alles mitnehmen. Kein Platz im Inventar. Ach, das ist ärgerlich. Hi. Ah, da bist du ja wieder. Ja, aber ich muss gleich nochmal hier rechts ab, links ab. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Das finde ich total toll von dir. Oh, hier schönes. Wie widerstandsfähig kann so eine Ratte sein? Ah, der schlechte Vernarkt, Buch Nummer 2. Tada! Bis zum heutigen Tag sind wir Ursprung und Natur, jener Vision, ein Rätsel. Ich werde die alle noch lesen. Was? Den Glückspilz durchsuchen? Es ist echt ein Glückspilz. Er ist nämlich tot. Und wir fangen an zu zählen an. Aber ne, hier. Ach, wie viel? 300. Och, schon wieder Wölfe, Leute. Ja, das Schild brauche ich aber nicht. Ach, du, ich höre dich gar nicht. Alles ist gut. Folgen wir der Blutspur. Felsenzuflucht. Ich habe doch was gehört, warte. Dammt, warte! Du Sau! Nee, du Ratte! Felsenzuflucht haben wir jetzt auch auf der Karte, ne? Okay, okay. Ich muss mir das hier alles merken. So, äh, warte, ich komme. So, komm, weiter. Mhm. Weiter nach Ark. Gut, dann lass uns weiter.